wir drehen heute ein full live eating für euch alle kommt gleich von ihrem freund und ich bin schon mit zu hause und ich bereite das beliebte porridge vor wie jeden morgen und dann essen wir das zusammen ich würde sagen wir beginnen das video es steht viel an wir haben gar nichts essen vor und wir sagen wir nehmen euch aber mit und viel spaß bei dem video und während ich das porridge in die mikrohle machen bereite schon mal unser superfood vor superfit ist einfach für einen besseren haarwachstum wir haben das extrem gemerkt wirklich schon nach zwei bis drei wochen merkt man extreme unterschiede dass die haare viel viel schneller wachsen ihr müsst mal schauen es ist immer super schnell ausverkauft wenn wir das in der story teilen sobald es wieder verfügbar ist also schaut auf jeden fall mal wieder vorbei ob es wieder verfügbar ist ansonsten nehmen wir auch immer noch geratin also das mischen wir immer zusammen und das ist einfach für besseren muskelaufbau man sieht einfach prater man sieht muskulöser aus das empfehlen wir euch auch also nehmt das am besten in kombination am morgen direkt und genau das wirklich können wir sehr sehr empfehlen und benutzt immer den code rm das spart ja maximal und aktuell gibt es sogar auch 20 prozent rabatt auf erdnussbutter anarbeit ist jetzt auch back und wir frühstücken jetzt wir essen ein porridge wie immer ich habe euch eine zubereitung gezeigt das deshalb findet ihr auch in der video beschreibung und genau das essen wir jetzt und dann sehen wir uns beim mittagessen wieder es ist ungefähr eine stunde nach dem frühstück und wir trinken jetzt dieses power ding das haben wir letztes mal gesehen und dachten zu kommen probieren wir mal um zu sagen schmeckt eigentlich ganz gut hat vitamin b b6 und ja ist halt ein elektrolytgetränk kann man machen muss man aber nicht haben gibt eure geld für andere sachen aus aber trinken das jetzt und dann gehen wir jetzt trainieren beziehungsweise gehen wir in den garten und turnen deswegen ja das ist der plan und genau es gibt salat mit tufisch mais brot sehr leckeren barbecue soße sokolilien und alle möglichen gewürzgirken und pumpernickelbrot wenn wir jetzt noch mehr bock haben dann essen wir vielleicht noch mehr pumpernickelbrot und genau das essen wir jetzt und dann sehen wir es beim dessert wieder weil dort gibt es etwas sehr sehr geiles was vielleicht für viele Peerfoot ist aber ja bei uns ja wir essen alles worauf wir bock haben wir machen uns keine verbote versuchen wir halt immer das einzubauen worauf wir lust haben und ja je häufiger man ein vielfurt einbaut desto weniger angst hat man auch davor deswegen haben wir jetzt auch keine vielfurt mehr weil wir jetzt versucht haben immer wieder einzubauen und irgendwann ist halt normal geworden dass man das ungesunde sachen isst und zwar gibt es mit reis grießbrei einer hat sich das ganze warm gemacht ich habe es kalt oder genau weil wir hatten mal ein bisschen mehr gemacht haben es tiefgefroren und haben es aufgetaucht und wir sagen wir testen mal zusammen rein immer schön mit zucker zinnt ganz wichtig abvergusten wir haben jetzt auch mal beladet haben wir haben uns dann am späten nachmittag ein ninja creamy eis gemacht und da drin habe übrigens dann noch so zu klein als waffelstückchen gemacht und erdnussbutter drüber übrigens sobald wir etwas abgelöst haben machen wir dann neue erdnussbutter drauf also wir nehmen den erdnussbutter pot einfach immer zum tisch und machen dann immer noch so ein bisschen drauf und löffeln auch mal sowas ja genau wir haben uns jetzt ein eis mit dem ninja creamy gemacht einfach 200 ml milch oder wasser meistens nach einer mischung dann 30 gramm polin pulver 3 gramm quark anmehl das gibt es bei broses das kriegt man glaube ich nicht in den normalen format satan das gibt auch quark anmehl verlinken wir euch mal und dann wird das einfach ein eis aber ihr braucht da den ninja creamy dazu aber es ist wirklich mega geil und es ist so cremig und es schmeckt so krass also es schmeckt so krass wie normales eis und darüber machen wir dann so pina butter ja top und da drin ist noch so ein paar smarties drin und so waffeln ja so paar crunch sachen aber wir hätten noch die loops wenn die dinge rein machen können zum abendessen gab es eine erbsensuppe und dazu so nahenbrot also so eine art fladenbrot das hatten wir noch von einem restaurant mal mitbekommen beziehungsweise irgendwie nicht aufgegessen dann hat man es noch tiefgefroren das haben wir uns einfach noch warm gemacht und dann hat jeder noch zwei solche chicken wings die waren auch aus dem airfryer einfach gemacht mit barbecue soße für auch echt mega lecker aber es war ultra heiß und ja als es ja gibt es für uns noch einen regel und zwar den oat bar von proses genau die gibt es noch und was das auch für heute denke ich wir verabschieden uns jetzt an dieser stelle von euch wenn euch das video gefallen hat dann lasst gerne einen daumen nach oben da und schreibt gerne immer video wünsche in die kommentare ich habe das gefühl oder beziehungsweise was ihr mitgeteilt habt dass ihr die viervideos ganz cool findet deswegen denke ich mal werden wir das jetzt auch oft einmal bringen ich würde sagen wir können ja morgen vielleicht direkt wieder ein neues video drehen und genau so seit ein tag von uns aus seht es als inspiration wir zeigen übrigens auch nicht zu 100% alles was wir essen oder so also vergleicht euch vergleicht euch nicht mit uns oder so wir sind ganz andere personen wir haben ganz andere verbrauch ganz andere ja eine ganz andere ausgangslage hört einfach auf euren hunger und wenn ihr hunger habt es was es was und vergleicht euch nicht zu viel mit anderen sondern ja schaut selber womit ihr am besten zurechtkommt achtet eben trotzdem ein bisschen auf grünen fette und vielleicht auch ein bisschen auf die proteine damit die muskeln auch nicht zu kurz kommen und vor allem ist die proteine auch gut für haarwachstum und nägelwachstum also auch nicht vernachlässigen genau und wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr Supplemente braucht Klamotten dann bestellt Vibrosis mit Cota M Sparte das maximal ich shoppe gerade ich shoppe gerade ja ich shoppe gerade und vielleicht sind wir auch ganz bald mit bei der Produktion mal gucken in Portugal ja genau Peanut Butter Aktion ja genau Peanut Butter ich warte 20% auf die Erzgutung top geil so geil also mehr rechsten Löffeln also checkt's ab in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tschau 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 tschau